Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Movie Cannibals. Ich bin der Pfälzer Sven, an meiner Seite ist wie immer 99 Centil und Wühltisch Werner ist auch wieder am Start. So, heute bekommt in einer kleinen Zeremonie Werner die große Ehre zuteil, einen Haarknochen auf Probe zu bekommen. Da er aber genauso viel Haupthaar besitzt wie ein Ei, ich weiß, ich sollte nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt, aber dafür bekommt er eine elektronische Fußgelenksknochen. Oh, da freue ich mich schon so lange drauf. Ich weiß, willkommen Wühltisch Werner. So, geht's euch gut, habt ihr Bock? Klar, ja, so auf jeden Fall, ich bin, I am hyped. Okay, sehr gut. Bevor wir unsere Filme aus dem Kochtopf zaubern und was diese mit Mike Krüger und Take That zu tun haben, gibt's natürlich erstmal The Last Watch. So, meine Lieben, was habt ihr in letzter Zeit so bemerkenswertes geschaut? Werner, willst du? Was habe ich zuletzt gesehen? Ich habe zuletzt etwas im Kino gesehen, was gar nicht im Kino lief, nämlich Zack Snyder's Rebel Moon. Ich habe da mit meinem lokalen Kino gesprochen und habe mir einen Saal zur Verfügung stellen lassen und habe dort via Netflix Rebel Moon mit Freunden und Familie im Kino geschaut. Geil. Okay, das ist geil. Und das war echt super. Also, der Film hat mich jetzt nicht begeistert, aber er war gut, die Stimmung war super und von dem her ein großartiges Kinoerlebnis direkt zum Jahresstart. Okay, das, ich habe den noch gar nicht gesehen, aber das klingt ganz cool, ja? Nee, ich auch nicht. Ich war tatsächlich erst auf dem Director's Cut mit höherer Altersfreigabe. Ja, ich glaube, ich auch. Das lohnt sich. Das wird sich, denke ich, lohnen. So viel kann ich sagen. Deswegen. Ich habe da auch keine Lust drauf. Ich habe so oft gelesen, das wird wohl angeblich alles nicht so ganz passen und wenn ich dann weiß, es kommt eine längere Fassung, dann denke ich mir auch, komm, auf die paar Wochen oder vielleicht auch ein paar Monate kannst du auch warten, dass dann... Ja, der zweite kommt ja schon im April. So lange dauert das nicht. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Noch irgendwas, was du unseren lieben Zuhörern empfehlen möchtest? Also passend zu unserem lieben Thema hier habe ich Bloody Mary noch gesehen vor kurzem und das war die größte Katastrophe, die ich letztes Jahr komplett im Kino gesehen habe. Bei Olaf Jagger habe ich den Saal verlassen, der war noch ein Prozent schlimmer, aber diese Queen Mary ist nichts, ist es nicht wert, dass wir weiter drüber reden. So eine große Katastrophe ist das. Ja, schade, weil ich eigentlich so Horrorspuk-Schiffe mag. Ja, ich bin ein großer Fan von Ghost Ship, den habe ich früher, da war ich ein bisschen zu jung noch, habe ich den gesehen, weil mein Vater so fix und fertig war, als er, als die Szene mit den Maden kam, in den Bohnendosen. Das fand er so eklig. Ja, schade. Dann kein Queen Mary erst mal. Till, hast du noch? Was hast du geschaut? Also ich habe, ich habe gerade mal geguckt, ich war zwar fleißig und habe dieses Jahr schon zehn Filme geguckt, aber abgesehen von Dead Snow 1 habe ich nur so, ich habe tatsächlich nur nachgeholt. Ich habe The Flash nachgeholt, ich habe Babylon nachgeholt, überragend, ich habe Saltburn nachgeholt, was heißt nachgeholt, geguckt. Ja, Dungeons & Dragons nachgeholt, Chippendale hier, Rescue Rangers, diese Realverfilmung nachgeholt. Ich habe nichts und gerade so in Richtung Horror oder sonstiges habe ich echt gar nichts dabei gehabt. Im Dezember habe ich noch hier das Haus an der Friedhofsmauer geguckt und City of the Living Dead, also ein Zombie hing an ein Glockenseil. Kannte ich beide noch nicht. Ja, cool. Also wirklich richtig cool, macht einfach richtig Bock. Und dann habe ich noch, einfach weil ich neugierig war, habe ich mir Oldboy von 2013 angeguckt und möchte nichts mehr dazu sagen. Josh Brolin spielt da die Hauptrolle, oder? Josh Brolin spielt die Hauptrolle, er spielt überragend schlecht. Dafür ist Dings dabei, Elizabeth Olsen und dass sie für diesen, gerade diesen Film so eine wirklich intime, explizite Nacktszene hat, tut mir für sie wirklich, wirklich leid. Ähm, wirklich leider, das ist ja komplette Verschwendung in allem. Ähm, ja, deswegen ist es so ein bisschen, viel Horror habe ich nicht geguckt. Ich habe heute Spree angefangen, dieser Social Media Horror Uber Taxi Fahrer Film, wenn ihr wisst, was ich meine. Kennt ihr den? Ne, hab ich von gehört. Ja, das ist dieser, ähm, der Spree ist, also Uber ist in dem fiktiven, in dem Film ist das, äh, Spree heißt einfach so, da hält es sich mit der App an und wird abgeholt. Und er ist, versucht Influencer zu werden, schafft es aber nicht und dann installiert er in seinem Auto ganz viele Kameras und macht einen auf Uber Fahrer und fängt an, Leute erst zu betäuben und dann umzubringen und, ja. Und das nimmt er halt auf und will damit viral gehen. Ich bin gespannt, wie der noch weitergeht. Die Hälfte habe ich. Ja, Sven. Ja, ähm, ich habe nach unserem letzten Schneetalk tatsächlich alles irgendwie rausgekramt, was irgendwie im Schnee spielt und es waren doch einige und habe mir dann auch mal wieder 30 Days of Night angeguckt, den ich auch sehr mag, der auch immer noch ordentlich hart ist und der hat eine schöne Atmosphäre, ich meine, da gibt es mehr als genug Schnee und der macht immer noch Spaß und ich habe mir was angeguckt und zwar There is something in the barn. Oh, yeah. Da bin ich jetzt gespannt, was du sagst. War der beim 99 Cent dabei? Ähm, nee, ich glaube es nicht. Und zwar geht es kurzer, andere, es geht um eine amerikanische Familie, es ist ein norwegerer Film, was auch sonst, ne, die ziehen halt nach Norwegen, erben dort eine Farm mit Scheune und in dieser Scheune lebt ein Elf. Okay. Und, aber man darf es jetzt nicht als Harry Potter Elfen oder die Elfen, die man sonst aus irgendwelchen anderen Filmen und Serien kennt, sondern das sieht aus wie so ein kleiner Hutzelzwerg. Dieser Hutzelzwerg jedoch mag es lieber ruhig, will da auch keinen großen Stress und keine große Veränderung haben, aber die Eltern, die haben auch noch zwei Kids und die Eltern wollen das halt umbauen zu einer Lounge mit Party und und so weiter und so fort. Und der Kleine kriegt dann halt durch Zufall trifft er jemanden, der ihm halt dann aus Spaß eigentlich so diese, diese mehr von diesem Elfen erzählt und sagt, reizt der nicht, der kann echt stinkig werden. Und er wird natürlich stinkig und fängt dann halt an, die Leute zu killen. Und das ist witzig, das ist teilweise auch wirklich blutig, aber es ist wirklich so eine Art Krampus, schöne Horror-Komödie, aber am Ende übertreiben sie es ein bisschen und am Ende merkst du auch, dass sie ins Geld ausgeht für die Effekte. Hm, okay. Also der Gore sieht... Das klingt trotzdem nach viel Spaß. Ja, der Gore sieht anständig aus, er geht mir auch so einen kleinen Ticken, ist er ein bisschen zu lang, sie klauen sich natürlich auch überall ein bisschen was zusammen, aber ich hatte echt meinen Spaß und die Effekte, da geht es eigentlich darum, dass die dann irgendwann mit, es gibt da eine Schlittenfahrt, die flüchten da mit dem Schlitten und hinten dran der Elf, da siehst du halt Blue Screen und zwar ordentlich, aber ich konnte das tatsächlich verschmerzen, weil der Rest einfach gut aussieht. Das ist wirklich nur so das eine, aber der hat echt Spaß gemacht. Okay, ja sehr cool. Und das Witzige ist, dass dieser Schauspieler, der diesen Zwergenelf da spielt, der heißt Kiran Shah und es war der Bodydubel der Hobbits aus Herr der Ringe. Ach was, ist das passend. Ja, dachte ich auch, dachte ich auch, cool. Und ansonsten, ich habe halt viel Serien momentan geguckt, weil ich mich halt für relativ viel Serien gemeldet habe und da ist ein Film so ein bisschen außen vor geblieben. Oh, ich habe Reacher angefangen, die Serie und habe genau bekommen, was ich gewollt habe. Ja. Plumpe Action mit dummen Sprüchen, das macht ja richtig Spaß. Hätte ich ja nicht gedacht. Ja. Es ist bloß kacke, dass die zweite Staffel halt wirklich so wöchentlich, eine wöchentliche VÖ hat, anstatt dass sie alles reinhauen, das finde ich ein bisschen ätzend. Aber gut. Und weil du es gerade so vom Weihnachtsfilm hast, passend zu unserem Film nachher, habe ich auch Santa Shores gesehen, also der Weihnachtsfei. Santa Shores. Und der ist richtig cool. Also wer High Trash mag, der wird mit diesem Film sehr, sehr glücklich werden. Gibt es in Deutschland nicht zu kaufen, aber durch einen Import aus den USA habe ich den trotzdem zu sehen bekommen beim Kumpel. Und der macht so viel Spaß. Also. Santa Shores. Ja. Alleine eine Szene, da geht es darum, dass der High seine Zähne verliert. Also beißt er einfach ein paar Weihnachtskugeln zusammen und hat dann Weihnachtskugeln als Zähne. Okay, läuft der draußen rum oder schwimmt der im Schnee? Der schwimmt im Wasser. Und wie kommt der dann an den Weihnachtsbaum? Ähm, ich weiß nicht, wo der spielt, aber da ist kein Schnee an Weihnachten. Ist irgendetwas Exotisches. Okay, ich glaube, ich wollte mal nicht weiter hinterfragen. Muss ich mal gucken. Nee, guck ich mir mal einen Trailer an. Witz nicht. Okay, sollen wir anfangen? Let's go. Okay, wir beginnen mit Dead Snow 2. Der ist von 2014, hat eine FSK 18, geht 100 Minuten rum, hatte ein 2-Millionen-Budget. Worum geht's? Also, Martin überlebt natürlich aus dem ersten Teil schwer verletzt und bekommt dummerweise den Arm von Nazi-Zombie-Obermurts Herzog angenäht. Im Krankenhaus glaubt ihm natürlich keiner die Story und er wird verdächtigt, seine Freunde umgebracht zu haben. Doch Herzog hat Lunte gerochen und plant einen Großangriff. Auch er hat ein Upgrade erhalten. So, okay, wir hatten uns das letzte Mal ja schon drüber unterhalten. Wie war's für euch? Fangen wir mal mit Till an. Ich kannte ja beide nicht, deswegen habe ich Dead Snow 1 und 2 hintereinander weggeguckt vor ein paar Tagen. Ist ja auch egal, wenn die Folge rauskommt, ist ja viel mehr Zeit vergangen. Und den ersten Teil fand ich richtig cool, weil ich wusste, ich habe schon Ewigkeiten, dass Ding hier rumstehen und ich habe mir mal was viel Größeres und Pompöseres vorgestellt, aber wurde durch den ersten Teil nicht enttäuscht, weil das so cool lokal war in dieser Hütte und im Schnee. Und der zweite Teil knüpft im Endeffekt daran an, verzichtet aber auf dieses kleine Häuschen und dem Drumherum, sondern geht ein bisschen wilder los. Sie hatten wahrscheinlich, was weiß ich, 500.000 mehr Budget. Ne, das ist zu viel. 200.000 mehr Budget, keine Ahnung. Und setzt einfach noch einen drauf und ist, er ist brutaler, er ist viel geschmackloser, weil sowas da teilweise, ich sag nur Babyszene, da dachte ich, hey, die Scheiße. Was ist denn da los? Aber ich war amüsiert. Ich hatte von vorne bis hinten meinen Spaß. Ja, hat mir sehr gefallen. Effekte super, da ist, glaube ich, minimal CGI, das sieht man dann, aber es ist ganz, ganz viel praktisch und das macht einfach sehr viel Spaß. Welche waren deine Lieblingsszenen, fangen wir mal so an? Du fragst mich Dinge. Ich glaube tatsächlich, diese Wiederbelebungsszenen, dieses Sidekick-Zombies, dass der einfach immer wiederbelebt wird. Also das zieht sich so ein bisschen durch. Das fand ich ziemlich cool und der Humor hat einfach für mich zumindest gesessen. Und das ganze Geschnetzel am Ende, diese große, in Anführungsstrichen, Schlacht, das ist ein bisschen mein Highlight gewesen. So die Zombie-Version von 300 quasi, ne? Ja, ich hätte jetzt gesagt, das ist Endgame-Schlacht am Ende bei Avengers, nur mit Zombies, aber 300 passt auch gut. Und was ich allerdings vermisst habe im zweiten Teil, oder doch, da wurden auch Gedärme benutzt für Dinge. Ja, natürlich. Oh mein Gott, vergiss, was ich gesagt habe. Die Benzin-Apf-Zapf-Szene. Genau, weil im ersten Teil war ja schon, der Darm war ja schon Multitool, kann man sagen. Ja klar, die Apf-Zapf-Apf-Zene. Was ist das für ein Wort? Apf-Zapf-Szene. Genau, meine Herren, natürlich haben sie das von dem Auto direkt in Panzer und das reicht natürlich, um mit dem permanent durch die ganze Stadt zu fahren. Wir müssen nicht nachtanken. Fandst du den Humor zu derb? Also die eine Szene mit den Kinderwagen, da dachte ich mir, huch, das ist vielleicht das My drüber, aber alles andere, nö. Werner. Und habe es dann irgendwie nie getan, aber dann kam der große Moment bei uns in der letzten Runde und dann war es soweit. Dead Snow 2, here we go. Und ich war positivst überrascht. Also dieser zweite Teil war so richtig unterhaltsam, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich dachte mir nur, wow, also genau so hätte ich mir den ersten Teil damals gewünscht. Vielleicht muss ich noch mal eine Chance geben, vielleicht bin ich einfach nur erwachsen geworden mit meinen 34 jetzt. Mal schauen, vielleicht gefällt mir der erste Teil, aber der zweite, der war richtig unterhaltsam. Also schon die Eröffnungssequenz im Krankenhaus fand ich super, um direkt mal zu den Highlights zu kommen. Also wie da plötzlich diese Hand die Kontrolle übernimmt und einfach nur, ja, auf gut Deutsch gesagt, ausrastet. Da habe ich direkt zum Start des Films laut lachen müssen. Evil Deadless grüßen, ne? Genau, ja. Das muss ich sagen, das war ein Punkt, der hat mich ein bisschen genervt. So diese Hand-Ash-Imitation fand ich ein bisschen nervig und bei mir war es ja auch so, also ich mag den ersten ja auch wirklich gerne und beim zweiten habe ich angefangen zu gucken und irgendwann abgebrochen, weil es mir zu blöd war. Aber ich glaube, das war auch so aufgrund dieser Handszene, dass ich den Rest dann wirklich gedacht habe, oh nee, wenn das so weitergeht, habe ich da keinen Bock. Ja, also ich muss sagen, mit der Zeit kann ich verstehen, dass das mit der Hand ein bisschen zu viel wurde. Mit der Zeit war es dann auch nicht mehr so unterhaltsam, aber gestört hat es mich eigentlich gar nicht. Also es hat an Wirkung verloren, aber genervt hat die Hand nicht. Wie fandet ihr diese Sidekicks, die sie da noch mit eingefügt haben? Also Martin bekommt ja Unterstützung von so Zombie-Jäger und Jägerinnen. Wie gingen die euch? Ich fand es, also ja, manchmal war es ein bisschen drüber, aber was ich wieder lustig fand, ist, wie die eingeführt wurden, weil es hieß irgendwie so, ja, es gibt einen Zombie-Squad und dann denkt man sich, oh krass, das wird jetzt richtig heftig und dann sind das so richtig drei richtige Deppen. Das waren so Zombie-Nerds. Ja, ja, genau. Also ich habe auch gedacht, wo die da telefonieren, okay, was ist das jetzt für ein Typ? Wer oder was sind diese Zombie-Killer? Und wie du gesagt hast, dann hast du da plötzlich diese Dudes und denkst dir, okay, mal gucken, was die so drauf haben. Aber es hat ja auch ein bisschen so zum Film gepasst, so dieser trashige Ansatz total drüber. Ja, hat mich überrascht, aber hat gepasst. Ja, ich muss sagen, ich war auch wirklich, als die Hand-Krankenhaus-Szene dann endlich vorbei war und sich so ein bisschen eingespielt hat, dachte ich, ja, jetzt warten wir mal ab. Und dann kamen halt wirklich die Sachen mit gedärmete Nazi-Panzer aufzufüllen, also Benzin abzuzapfen, dann überfahren zu Kinder, die in einem Sandkasten drin sitzen. Man sieht es nicht, man sieht einfach nur, wie der Panzer drauf fällt und ich dachte noch, hä? Und danach kam gleich die Baby-Szene und also das ist halt so überzeugend und auch nett und auch nicht so krass. Also da fliegt ja das Kind jetzt nicht in Einzelteilen um die Ohren, sondern du siehst halt, dass es CGI ist und das ist auch alles noch gut gemacht und das finde ich auch ist noch im Rahmen. Wenn ich halt wirklich richtig witzig fand, war der Nazi-Wissenschaftler-Zombie-Arzt, der sie dann immer gepimpt hat am Showdown und dann gemeint, okay, alles klar, ich ramme dir jetzt die Schaufel in deinen Beinstumpf rein, dann kannst du wenigstens gescheit laufen. Und da nur abgegangen ist und ich hatte wirklich absolut meinen Spaß, was ein Gegröße und ich kam teilweise aus dem Lachen wirklich nicht mehr raus. Ja, verstehe ich vollkommen. Das Einzige, was ich ein bisschen vermisst habe, war wirklich der Schnee, weil so viel Schnee gibt es in Dead Snow 2 leider gar nicht. Also das ist jetzt nichts, was den Film irgendwie mehr unterhaltsamer gemacht hätte, aber etwas, was ich optisch vermisst habe. Was ich auch noch ganz cool fand, ist, dass Herzog ein bisschen mehr Screamtime gekriegt hat und die Szene, wo er in die Kirche reingeht, die fand ich sehr, sehr geil. Absolut stimmungsvoll und da habe ich auch wirklich gedacht, ist eigentlich schade, dass man sowas nicht ein bisschen mehr mit reingebracht hat, aber trotzdem, die Szene ist der Hammer. Also wirklich super gemacht. Und auch so der letzte Kill mit dem Panzer fand ich richtig cool. Also sieht man in dieser Form auch nicht so oft, wie Nazis mit Panzern die Köpfe abgeschossen werden. Ja, das stimmt. Ach ja, da ist natürlich Indiana Jones auch mit dabei, der Kampf auf dem Panzer gegen den Nazi. Nee, ich hatte echt meinen Spaß. Also ich hoffe auch wirklich auf einen Dritten, aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ob das jetzt noch wirklich irgendwie relevant ist. Ja, ich befürchte es leider nicht. Also nach diesem Teil, muss ich zugeben, hätte ich auch Lust auf einen Dritten, aber ich sage es mal so, wir hatten jetzt mit Dead Snow 1 ein Lowlight, mit Dead Snow 2 ein Highlight. Also die Chancen würden 50-50 stehen, dass der dritte Teil gut werde. Ja, aber jetzt halt mit dieser Post-Credit-Szene, da haben sie mich tatsächlich wieder angefixt, wo ich gedacht habe, oh verdammt. Das stimmt, es gibt auch, aber es gibt wenig News zu Dead Snow 3. Also die letzte News, weil ich finde hier irgendwie eine von 2017 oder so, also ich denke nicht, dass da irgendwas kommen wird. Nikola wird auch irgendwas anderes machen und ja, schade. Da soll mal Hänsel und Gretel 2 machen. Dann lieber Dead Snow 2. Hat der nicht auch diesen What Happened to Monday gemacht? Ich glaube, Violent Night hat er zuletzt gemacht, oder? War das ja? Ja, der war ja cool, ja. Ja, das passt in die Filmhistorie zu Dead Snow. Man könnte es auch zusammenfügen, das wäre auch keine schlechte Idee. Der Akro-Weihnachtsmann gegen die Nazi-Zombies. Das wäre ja, der dann irgendwie Zombie-Hitler verprügelt, ja. Hollywood steht doch auf dem Multiverse. Hier habt ihr es. Ja, richtig. Ja, sind wir durch oder habt ihr noch irgendwas? Ich will Schnee. Im Film und im echten Leben. Ja, bei uns liegt gerade Schnee. Bei uns nichts. Nee? Ah, okay. Aber es sind noch keine Zombies aufgetaucht. Wir haben auch keine Hütte im Garten. Vielleicht braucht man, und Nazi-Gold haben wir auch nicht. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Ja, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Schade. Ja, nö, ich würde, also so Trash-Slasher-Zombie-Film, ist das ein absolutes Must-See, finde ich. Ja, finde ich auch. Für das, was da abgefeppert wird. Man muss halt genau wissen, dass es halt kompletter Schwachsinn ist, der da gezeigt, also von vorne bis hin kompletter Schwachsinn. Da würde ich auch, mir würden auch tatsächlich keine großen Alternativen jetzt irgendwie so einfallen. Ja, habe ich auch schon überlegt. Wüsste ich jetzt aus dem Stehgreif auch nicht. Ich kann beide Teile absolut uneingeschränkt empfehlen und dabei würde es auch belassen. Außer Werner fällt noch was ein. Nö. Ich würde einfach nur sagen, lass den ersten Teil weg und spring zum zweiten. Nein. Viel, viel geiler. Hört nicht auf Werner so, sondern guckt euch den ersten Teil auch an. Gut. Dann kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Oh, Till Schießlos. Ja, Terrified, nicht Terrifier, sondern Terrified. Das ist ein Film von Demian, heißt der Rugner? Demian Ruschner? Rugner? Ja, das ist ein Horrorfilm, in dem kehrt ein Ehemann nach Hause zurück und findet seine Frau verängstigt vor, weil irgendwie aus den Rohren des Badezimmers so komische Stimmen kommen und die versprechen sie zu töten. So, das ist, so fängt der Film an und als ich dann noch, wenn der Film richtig beginnt, nachdem die Anfangsszene vorbei ist, die komplette Nachbarschaft mehr oder weniger in ein großes Chaos verwandeln, kommt einem Polizisten noch zwei paranormale Forscher hinzu und die gucken sich die Häuser, beziehungsweise vor allem zwei Häuser an, in dem es angeblich spuken soll. So, im Endeffekt ist es ein Spukfilm, wie man ihn kennt, so ein bisschen Hunted House mäßig. Also der geht, ich habe gerade noch Daten, die ich will gerade noch ein bisschen ergänzen, 88 Minuten, hat eine 16er FSK, ist am 1.12.23 jetzt endlich erschienen. Den Film gibt es aber schon seit 2017, der hat auch diverse Preise eingeheimst und wurde auch schon wieder alt. Ja, habe ich auch gesehen. Grußlichster Film, aller Zeiten betitelt. Vom Regisseur her, ich habe mir da ein paar Sachen rausgeschrieben, einfach weil ich finde, die klangen schon ziemlich strange, die er gedreht hat. Also Satanic Hispanic zum Beispiel und die Cursed Bastards, von denen kennt wahrscheinlich keiner von euch, oder? Werner vielleicht? Nie von gehört. Aber klingt interessant. Von den Darstellern kenne ich keinen einzigen und ich habe auch durchgeguckt, ich habe auch keinen einzigen Film von denen gesehen. Ja, so geht es mir auch. Also ich habe jetzt, nachdem ich Terrified geguckt habe, habe ich auch When Evil Lurks geguckt, der sich auch nochmal anbietet für uns hier auf jeden Fall. Aber wir sind ja nicht an explizite Termine gebunden, was Releases angeht, Gott sei Dank. Wir sind ja so ein bisschen mehr Freischnauze als der Tele-Stammtisch selber, deswegen wäre das noch ein guter Kandidat. Der macht nämlich auch Spaß. Was ich gefunden habe, dass der jetzt wirklich erst so spät bei uns kam, ist, dass der einfach keinen Verleih gefunden hat. Also das war das Einzige, was ich irgendwie rausgesucht, rausgefunden habe. Sie haben zwar überall noch geschrieben, er erscheint Uncut bei uns, aber ich meine, der hat eine Sechzehner. Also Uncut ist da jetzt, da muss man jetzt nicht irgendwie die FSK 25 mal drüber schauen lassen. Gut, fangen wir an mit dem nackten Etwas, was durch die Wohnungen geistert. Wie hat... Und sehr cool war. Okay, okay, Werner sagt schon sehr cool, Till. Ja, fand ich auch. Also ich fand den, es wurde von einigermaßen vernünftig benutzt. Also es wurde nicht irgendwie von den, wie lange geht der, was sagst du, 88 Minuten oder sowas, wurde der nicht 87 Minuten versteckt oder mit extrem schlechtem CGI irgendwie in die Schatten gestellt, sondern es wurde so das Zeigen und Nicht-Zeigen wurde ganz gut, hat sich ganz gut die Waage gehalten, fand ich. Ja, finde ich auch. Und vor allem halt eben auch, wie es gezeigt wurde und wann es gezeigt wurde, hat den Film wirklich einen sehr interessanten und ich wage es mal zu sagen, auch einzigartigen Look gegeben, kann man fast sagen. Also der Film hat dank diesem Konzept wirklich was Originelles an sich gehabt, was ich so, glaube ich, noch gar nicht gesehen habe. Also mir hat der Anfang ganz gut gefallen, weil es relativ schnell losgeht. Ich meine, 88 Minuten ist jetzt wirklich nicht die Welt, da musst du schon ein bisschen Gas geben und die ersten, ja, die ersten 20 fand ich echt ordentlich, weil sie haben eine schöne Stimmung aufgebaut. Das war alles unheimlich und das Monster steht neben dem Bett und alles, ja, fand ich cool, hat mir auch wirklich zugesagt, aber dann haben sie irgendwie Fahrt rausgenommen. Ja, dann gab es Pause, ja. Also in der Mitte hat er sich wirklich gezogen, wo es dann so um die Ermittlungen ging und jeder spricht mit jedem, jeder fragt jeden, aber passieren tut gefühlt wenig und erst als dann so im letzten Drittel langsam die Fakten auf den Tisch gelegt werden, nimmt der Film dann wieder ein bisschen Fahrt auf, aber bis dahin, ja, gibt es viel Langeweile in der Mitte. Ja, ja, was, der wurde ja so, das ist ja immer das Problem mit Hype-Filmen, ne, ganz oft. Der wurde ja letztes Jahr ganz schnell ganz stark gehypt, das ist jetzt Terrified und der ist total gruselig, bla bla bla. Und dann halt auch der Nachfolger war halt auch vom Regisseur von Terrified, einem der gruseligsten Filme, bla bla bla. Und das ist immer so ein bisschen das Problem und ich fand ihn soweit gut, aber es war nicht so der neue Horrorfilm, wo ich sage, okay, der macht alles anders, der überrascht mit Dingen, die man noch nicht kennt. Das war ja auch so ein bisschen, der war so ein bisschen Anthologie-mäßig aufgebaut, aber ist keine Anthologie. Wir haben irgendwie drei verschiedene Häuser und man springt auch immer mal wieder zwischen den Zeiten mit Rückblicken, soweit ich weiß. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, finde ich, wenn etwas zu sehr gehypt wird, siehe zum Beispiel Skinner Maring, so als krassestes Beispiel jetzt, was mir so einfällt. Oder Talk To Me, Talk To Me, den fand ich auch gut, aber es war halt auch nicht so, wie ich sage, okay, krass, das ist der neue Shit auf dem Horrormarkt. Ist immer ein bisschen schwierig, das ist immer so, die Fallhöhe ist dann zu hoch. Ja, das stimmt. Ich hatte noch ein anderes Problem und zwar der eine, bei dem dieses Monster ja neben dem Bett auftaucht, der heißt ja Walter. Und Walter glänzt jetzt auch nicht gerade mit Brainpower, finde ich. Und irgendwann saß ich da und dachte, ey, mein Gott, Walter. Und dann hat es gemacht, klack, und ich hatte die ganze Zeit Mai Krügers, mein Gott, Walter, wenn Walter kam, gedacht, ach Gott, nein. Denn da gibt es ja diese Passage, denn er war Hausverwalter, wenn die anderen Mieter ihn sahen, meinten sie nur, mein Gott, Walter. Und da gehockt und dachte, verdammt, das waren so ein paar Sachen. Aber ich muss sagen, ich fand, es gibt, der hat schon ein paar fiese Momenten. Also die Story mit dem Kind fand ich echt derb. Also jetzt nicht explizit, aber da sitzt dieses Kind da und die Mutter ein paar Häuser, äh, ein paar Häuser sage ich schon, einen Raum weiter. Und da gab es schon ein paar echt, wo ich, da ist mir schon echt mies, mies über den Rücken gelaufen. Trotzdem finde ich, die Schauspieler waren einfach, die waren einfach schlecht. Die haben auch gerade dieses paranormale Ermittler-Duo, die haben zwischendrin so Gesichtsentgleisungen wie Louis Define. Oh, was? Nein, doch. Wo ich mal gedacht habe, okay, gut, vielleicht sind die aus einer Telenovela, keine Ahnung. Aber das fand ich übertrieben und hat mir auch viel rausgenommen. Und da gibt es echt ein paar Momente, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe mir so zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Einmal diese bluttrinkende Küche, die fand ich mega lächerlich. Stimmt, ja, ja. Dann gibt es ja diesen rissende Wand, wo diese eine Frau Doktor, wie in, damals in der Strafe, wenn man dich dann in die Ecke gesetzt hat, die ganze Zeit da reinguckt, während außenrum die Post abgeht. Und sie ist eigentlich auch nicht wirklich interessiert. Ja, da waren, da sind sie mir teilweise nicht, also es ging nicht ums weit genug gehen, aber ich fand, da ging so viel Spannung verloren. Und die haben wirklich so viel Potenzial liegen lassen, dass ich zwischendrin auch wirklich gelangweilt war. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und so ging es mir auch. Da gab es so einige Szenen, wo man gemerkt hat, die Schauspieler, die können diesen Film nicht wirklich tragen. Ich meine, sie tun, was getan werden muss. Und schlecht, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber irgendwie ein bisschen so uninspiriert, so ohne Charisma, wenn man das so sagen kann. Schauspielerisch ist okay, aber es reicht nicht, um die Lücken zu füllen. Gerade in der Mitte, wo sie halt eben so im Fokus stehen, langweilt man sich. Also da knickt man total weg. Und das ist wirklich schade, weil der Film hat halt eben echt ein cooles Konzept und dann setzt man es nicht ausreichend ein. Also ja, eine vertane Chance vielleicht. Das ist so ein Film, wo ich mir denke, okay, gibt dieses Konzept einen Horror-Kenner? Also James Wan von mir aus, der ist ja jetzt fertig mit DC. James Wan, schau dir Terrified an und gib mir eine US-Wertion. Einzel James Wan ist der Richtige immer noch, obwohl nach Malignant das letzte Drittel, wenn er sich am letzten Drittel von Malignant orientiert, dann gerne, ja. Ja, solange er keinen Scarejump fest draus macht, sondern auch Atmosphäre schön einfängt, könnte das schon was werden. Also ich glaube, da gibt es schon ein paar Leute, die mit dem Stoff ein bisschen mehr oder ja, mehr rausholen könnten. Das auf jeden Fall. Im schlimmsten Fall nehmen wir Christopher Nolan, der kann mit diesem Konzept sicher was aufbauen. Und ja, sonst muss ich wirklich sagen, also ja, am Anfang gehypt, aber dann war es fast irgendwie egal. Also Anfang fand ich stark, Ende fand ich auch gut. Ja, und die Mitte ist auf jeden Fall so der deutliche Schwachpunkt, ja, finde ich. Werner, ich bin froh, dass ich mir das Mediabook nicht gekauft habe, weil bevor wir diesen Film auf die Liste genommen haben, habe ich den Film immer mal wieder bei mir in den Gruppen gesehen, weil ich bin ja Horrorgruppen, Mediabook-Gruppen, ich bin Filmsammler und das Mediabook sieht schon richtig genial aus. Das Cover und so etwas dachte ich, hm, irgendwie würde das Ding gut in der Sammlung stehen. Aber ich habe es mir nie gekauft für 35 Euro und jetzt habe ich den Film gesehen und denke mir, ja, Cover ist cool, aber ich bin froh, dass ich es nicht gekauft habe. Das war bei mir auch so. Ja, ging mir auch so. Ich habe auch gedacht, oh, cooles Cover und naja, stolzer Preis, aber dann dachte ich, nee, komm, oh komm, guck dir das erst an, bevor du dich danach ärgerst. Definitiv. Also wie gesagt, um vielleicht den Nachfolgefilm nochmal ins Rennen zu schmeißen, ins Boot zu holen, der hat mir deutlich besser gefallen. Vielleicht können wir den ja hier nochmal irgendwann mal unterbringen. Der wird euch auch besser gefallen, gehe ich von aus. Dann kommt er auf die Liste. Ja. Als Alternativen habe ich einfach so, weil es natürlich so in die argentinische, spanische Ecke da hinten reinpasst, habe ich Rack. Den fand ich sehr gut. Oh ja, den liebe ich. Und wie heißt das? Remake nochmal? Quarantine? Quarantäne? Ja. Irgendwie so, ne? Ja, ja, ja. Der ist mit der Carpenter, gell? Ach Gott, wie heißt sie? Dexas Schwester? Ich habe es auch mit ihm gemacht. Ja, ja, genau. Dexas Schwester, ne? Ja, okay. Ja, und Waisenhaus, den fand ich auch ganz geil. Ja. Waisenhaus hat mir sehr spannend. Ja, Waisenhaus würde ich definitiv bevorzugen, definitiv. Ich würde noch was anderes reinwerfen. Ja. Schieß los. Ja, ich habe ja gerade davon gesprochen, ne? Mediabook sieht cool aus, aber nicht gekauft, bla bla. Und ausgerechnet heute habe ich genau das gemacht. Ich habe mir nämlich das Mediabook zu Deadstream bestellt. Kennt ihr den? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist so ein Sound, äh, Sound, ja. Found-Footage-Horror-Komödie soll das anscheinend sein. Und, ähm, ja, irgendwie macht mich der schon so lange an. Ich bin ja ein großer Fan von Found-Footage. Horror, Comedy, geht alles immer. Und jetzt, das Cover sieht auch so genial aus vom Mediabook, dass ich dachte, ja, es warte, bis es günstiger wird. Warte mal. Und, ja, jetzt wurde er von 30 Euro auf 26 Euro reduziert. Und, tada, Werner. Ja, doch, da machst du nichts falsch mit. Der ist, der ist gut. Nee, den muss ich mir noch angucken. Ich habe auf meiner Liste schon stehen, aber es kam noch nicht dazu. Es gibt, ich erinnere mich nicht mehr daran, aber es gibt auch diesen Julius Eis. Das ist auch ein spanischer Film, spanischer Horrorfilm, aber kriege ich leider nicht mehr ganz zusammen. Sagt mal auch was. Ja, gut, egal. Du hast ja Alternativen genannt. Waisenhaus würde ich auch am ehesten sagen. Eher den als Terrified, wobei Terrified jetzt kein per se schlechter Film ist. Ja. Naja. Okay, aber komm, mir mache ich sowas richtig schlecht. Apropos. Jawohl. Allein schon, der Titel hat mir wirklich grauen, grauen. Also, Dieb 4 ist genau der richtige Titel. Werner, schieß los. Genau. Wir reden über den tollen Dieb 4, aber nicht über den Nazi-Dieb 4. Es gibt nämlich einen Film, der heißt Dieb 4 Reich der Untoten. Da geht es um, ja, Zombies in Paris, Nazi-Zombies in Paris. Das wäre vielleicht der bessere Film gewesen. Aber nein, wir reden über Dieb 4 Tauch um dein Leben. Da geht es um die mal mehr, mal weniger hübsche Naomi. Die ist eine Seglerin. Die taucht gerne. Und ja, dann gerät sie mit ihrem wunderschönen Boot in einen Sturm. Als dieser vorbei ist, gibt es dann Schiffbrüchige, die sie aufsammelt. Und diese Schiffbrüchige, ja, die haben ihre Drogen verloren, ihr Kokain im Meer und müssen das jetzt unten rausholen. Aber dann tauchen die wunderschönen Haie auf. Und ja, dann könnte man sagen, folgt nach den Kokainbär der Kokainshark. Genau. Ja, gut. Danke, tschüss. Das war's mit Movie Kinder Bits. Bis zum nächsten Mal. Also, Dieb 4 geht diebe 85 Minuten, ist erschienen am 16.11.23 und hat eine FSK 16. Der gute Marcus Adams ist der Regisseur. Der hat so Hollywood-Blockbuster wie Marxman mit Wesley Snipes gedreht. Ja, du sagst das. Also, an Darstellern kannte ich auch nicht wirklich jemanden. Ed Westwick, Gossip Girl, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Madalena Diana Genea ist bei House of Gucci wohl dabei gewesen, Zoolander 2 und ist auch natürlich Model. Und ich muss sagen, sie ist so das optische, absolute Highlight des Films, weil ich, ja, am Anfang sieht es eher so aus wie ein Instagram-Video. Sie, schöne Frau auf dem Boot, rekelt sich, fährt langsam in Sonnenuntergang. Es gibt wirklich schöne Aufnahmen, muss man wirklich sagen. So am Anfang dachte ich, ach ja, das könnte doch zumindestens mal ansehnlich werden. Ja, das hatte ich gehofft, ja. Es ist eher so ein bisschen, ich habe irgendwie vor ein paar Tagen, gestern, gestern gelesen, weiß ich gar nicht mehr, dass es eher anfängt wie so ein Porno. So, dass man denkt, alles klar. So wie sie, sie wird so voll, sie ist immer in Pose, sie ist immer, ist perfekt ausgeleuchtet, immer so leicht, leicht Wassertropfen auf ihrer Haut und diese leichte Gänsehaut muss natürlich auch da sein, ja. Also bei einem Trash-Hai-Film ist das die halbe Miete. Die Sache ist halt eben, dieser Film will kein Trash sein. Eben. Und am Anfang lassen sie sich ja, wie gesagt, optisch ist das okay. Ja, und auch vor allem dann die Haie, die sind auch gut aus. Ja, Moment, da kommen wir noch dazu. Ja, ja, ja. Tat mir wirklich leid. Der stand ja so brutal unter der Fuchtel seiner Schwester, dass der überhaupt nicht selbst irgendwie selbstbestimmt irgendwas gemacht hat. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe noch gedacht, okay, ist klar, jetzt müssen sie das Kokain hochholen, könnte es interessant werden. Aber ja, sie gehen runter, bergen etwas, das Kokain setzt sich frei und der Hai nimmt sich mal ein Näschen. Ja. Das war cool. Ich habe es gefeiert. Es war dumm, es sah nicht gut aus, aber es war cool. Ja, bis dahin finde ich auch die Anime, also finde ich auch die Haie sahen bis dahin gar nicht schlecht aus. Aber dann bis... Es ist so ein bisschen, ja, so ein Auf und Ab, ne? Also nicht von der Qualität, sondern man taucht ab, man taucht auf, man taucht ab, man taucht auf. Film zu Ende. Aber das Problem an der ganzen Story fand ich unter anderem, einmal hat der Hai, als sie in diesem Rumpf vom Boot sind und die gute Heldin, da ist einfach nur so ein Metallding dazwischen und da knabbert der Hai dran wie ein Hamster an seinen Stangen. Ja, wenn die da an diesem Käfig stangen, sich die Zähne oder so geschärft haben, ist es ja auch wie so eine Schreibmaschine und der Hai fängt da an, das Ding da an. Ich dachte nur, um Gottes Willen, okay, gut, wir bewegen uns wirklich Richtung Abgrund. Ja, definitiv. Ja, also ich meine, so abwegig ist das nicht. Also ich habe viele Videos gesehen von diesem Hai-Käfig-Tauchen und Haie neigen wirklich dazu, mal gegen das ein oder andere Blech zu kauen. Ja, aber wie eine Schreibmaschine, die du wieder zurückziehst, weil der ist, also, dass der da reinbeißt, mit Kokain die Schuld geben willst, okay. Ohne das Kokain wäre der Film viel besser gewesen. Das war wahrscheinlich echtes Kokain und dann haben sie einfach draufgehalten. Nein, aber es ist halt wirklich so, also es passieren ja da auch so sackhole Aktionen, wie alle Kommunikationsmittel von Bord zu werfen, nicht mal was zu behalten. Und was, finde ich, so das große, große Problem an der Story ist, wenn die oben sind, klar, hast du Jose und Maria als Feinde, aber die bewaffnen sich noch nicht mal, wenn sie runtergehen. Die kommen dann nicht mal auf die Idee, irgendwas mitzunehmen. Sie tauchen und dann unten fällt ihnen ein Ei, ey, verdammt, da gibt es ja auch noch ein Hai. Also, was mich am meisten genervt hat, war eher so diese Nebenstory. Sie hat ja einen Geliebten und der macht sich Sorgen um sie, will sie natürlich retten, weil da dieser Sturm war. Und da wechselt das Szenario immer wieder hin und her und her und hin. Und ich denke mir, diese Geschichte mit ihrem Freund interessiert mich null. Wie der da auf Drama macht und einen auf Held machen will, das will ich doch gar nicht sehen. Juckt mich nicht. Lass den weg, zeigt mir die Haie, zeigt mir das Tauchen. Wenn es sein muss, zeigt mir ein paar Bösewichte, aber bitte nicht so. Aber ja, es ist das, was wir bekommen haben. Die Flashbacks vergessen, ne, mit ihrem Papa. Oh ja. Weil sie ist ja auserwählt für, also liegt, was weiß ich, das Tauchen liegt ihr im Blut, weil, was auch immer. Ihr Vater hat sie gerettet und er ist dadurch gestorben und ja. Und er taucht ihr im Traum auf wie Mufasa dem Simba. Nur nicht ganz so pompös. Und ihren Freund und sein Kompagnon singen auch Take That Back For Good. Und ich saß da und dachte, Gott sei Dank habt ihr das erst am Ende gemacht, wobei es vielleicht besser gewesen wäre am Anfang. Dann hätte mich diese furchtbare Melodie den ganzen Film begleitet. Stimmt. Aber ich kann mich an eine gute Szene erinnern und die bleibt mir so am meisten hängen. Da gibt es nämlich eine Szene, wo sie unter Wasser sind, gerade am Tauchen, gehen ins Schiff rein und dann hast du da so einen kurzen Jumpscare mit dem Hai, der da direkt ins Bild springt. Und das war so dieser eine Moment in diesem Film, wo ich dachte, das war jetzt gut gemacht. Jetzt in diesem Moment hat man mich kurz erwischt. Das war cool. Davon hätte ich so gerne mehr gesehen, weil davon gibt es einfach viel zu wenig heutzutage. Ich dachte, dieser Film kann diese Lücke zumindest für einen Moment füllen, die es in meinem Hai-Film-Herz gibt. Aber ja, konnte der Film leider nicht bis auf diese eine Sekunde. Leider, ja. Also es ist wirklich, eigentlich ist das, also die Besprechung zum dritten Film ist eigentlich nur noch eine Warnung. Vor allen Dingen wird es dann richtig, richtig ätzend, wenn der Hai aus dem Wasser springt. Ich meine, die können das, keine Frage, dass das funktioniert. Aber das hätten sie sich echt sparen sollen, weil da siehst du einfach, da ist der Hai einfach scheiße. Das sieht so billig aus. Und ja, warum macht man es nicht spannend unter Wasser? Aber warum, ja, wie ihr schon auch gesagt habt, warum konzentriert man sich vielleicht nicht auf ein, zwei Storylines und lässt den Rest außen fort, weil es absolut uninteressant ist. Aber das als, ja, ich weiß nicht. Ja, und der Wasserfilm ist halt auch teuer, ne? Dann macht man halt sowas. Ich habe den Film ja zweimal gesehen. Also er lief einmal bei uns in der Sneak Preview als Überraschungsfilm. Ach du Scheiße. Im Kino. Der hatte einen Kinostart. Und da hatte ich noch ein bisschen so meinen Spaß mit dem Film. Also Spaß ist übertrieben. Ich war einfach nur glücklich, einen Hai-Film im Kino zu sehen, weil ich weiß nicht, wann das das letzte Mal der Fall war. Vielleicht bei The Shallows. Also für einen Moment hatte ich so ein bisschen meinen Spaß, sage ich mal, einfach aus Prinzip. Aber ich habe ihn dann für die Besprechung eben nochmal angeschaut. Und da hat der Film dann halt eben seine offensichtlichen Schwächen nicht mehr hinter der Leinwand und dem Moment verstecken können. Also, ja, ist innerhalb von wenigen Wochen nicht gut gealtert. Das ist auch wirklich krass. Er kam auch nicht gut an. Also ich habe ja die Auswertung gesehen dann von dem Film und die Zuschauer waren kein Fan. Das glaube ich gerne, ja. Ja, das glaube ich auch. Habt ihr noch irgendwas zu diesem filmischen Meisterwerk beizutragen? Ja, ich möchte den richtigen Kokain-Shark-Film noch anschauen. Den habe ich jetzt noch auf meiner Liste. Der wird wahrscheinlich besser, weil er gewollter Trash ist. Ja. Also Kokain-Shark, den muss ich mir irgendwann noch gucken. Ist der schon draußen? Nee, ich glaube es nicht, oder? Nee, nicht. Doch. Ja, ja. Der ist schon seit ein paar Monaten, glaube ich, auf Blu-Ray. Ach was. Da muss ich mir, glaube ich, erst mal einen Trailer angucken. Also ich meine, nee, ich glaube es. Tu es nicht. Sonst wirst du dir den Film nicht kaufen. Das leih ich mir vielleicht wirklich bei Till aus oder so dann. Wenn mir die Till-Aktion starten dann, wenn er sagt 99 Cent, okay gut, da tut es mir nicht weh, wenn ich nach der Hälfte ausmache. Und werden dann wahrscheinlich ins Nirwana-Fluf und denken, was habe ich mir jetzt da für einen Scheiß angeguckt? Aber nee, nee, ach nee. Ich will es mal wieder gescheit haben. Ich weiß, es ist alles teuer, aber Menschenskinder. Habt ihr Black Demon gesehen? Der ist nicht gut. Nee? Nö. Nö. Also der ist nicht schlechter als Deep 4. Das ist aber auch kein Qualitätsmerkmal. Das ist auch, ja genau, auch nicht so schwer, ne? Es ist nicht so schwer, aber ja, mein Black Demon war, der war wirklich okay für das, was er sein will, weil der will ja jetzt nicht direkt Trash sein, aber auch nicht direkt so ernst, sondern der ist ein bisschen so in der Mitte, muss ich zugeben. Und dafür war er okay, dafür könnte man ihn sich gut angucken. Ja, das klingt doch immerhin ein bisschen in Ordnung. Okay, hau mal die Alternativen raus, würde ich sagen, oder? Oder wollt ihr noch weiter auf Deep 4? Nö, aber wie wär's mit jeder andere Hai-Film als Alternative? Nein, nicht jeder. Aber, ähm, wenn man sich so ein bisschen in die Richtung bewegt, wir nehmen uns nicht zu ernst. Also ich, ja, wir brauchen jetzt hier nicht Jaws, ne, der weiße Hai erwähnen. Das ist wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich ganz glasklar. Aber hatten wir im Vorgespräch Deep Lucie. Macht Spaß, hat okaye Effekte, dafür, dass er so alt ist, ähm, und das ist einfach unterhaltsam. Hat coole Figuren, das würde ich so als erstes in den Raum werfen. Und die größte Stärke, er hat einen Papagei. Okay, das stimmt. Nö, den mag ich auch, den mag ich auch sehr. Klar, Shallows mag ich auch, klar, gut, ja, wie gesagt, weiße Hai. Ansonsten würde mir tatsächlich keine ernsthafte, kein ernsthafter weiterer Hai-Film einfallen. Ähm, es gibt noch, ach, helft mir mal, wie heißt der, ähm, mit dem Krokodil? Crawl. Oder meinst du Lake Placid? Ähm, nein, aber ja, ich, den könnte man auch empfehlen. Aber ja, genau, Crawl. Ja, Crawl. Der hat, der hat keinen Hai, aber der hat, ähm, ein Krokodil. Und Krokodile sind auch gefährlich und leben im Wasser. Und der hat mich überrascht, weil das ist halt so, okay, Tierhorror-Film, einfach mal loslegen. Und den fand ich ganz gut. Und um Welten besser als Deep 4, also. Werner, hause raus deine Trash, Hai, Meth, Kokain-Fiecher. Also, wenn's, wenn's Trash sein soll, ähm, viele haben ihn zwar gehasst, aber Sky Sharks, ich fand ihn als Trash-Hai-Film verdammt unterhaltsam. Also, Sky Sharks, äh, also, da darf man das Gehirn, da muss man's nicht nur ausmachen, da muss man es komplett entsorgen. Und dann kann man mit diesem Film so richtig ne Menge Spaß haben. Da ansonsten gibt's ja noch, ich glaub, ne koreanische Produktion, Land Shark hieß der, der war auch gut gemacht, der hat auch ne Menge Spaß gemacht. Snow Shark, hast du Snow Shark gesehen oder Sand Shark? Es gibt ja alles irgendwie. Hab ich beide gesehen, hab ich beide gesehen. Und, ja, ich find die Konzepte cool. Also, Snow Shark ist ein richtig cooles Konzept, weil es einfach so total verrückt ist, wo ich mir gedacht hab, ja, so, Sand Shark gib mir, aber der Film war so schlecht gemacht. Und Brooke Hogan, also die Tochter von Hulk Hogan, wirklich, ähm, ja, sie ist blond, sie ist schlank, sie weiß, was sie mit ihrem Körper zu tun hat, aber sie alleine rettet den Film bei weitem nicht. Und, ja, eher nicht. Ich würd' vielleicht noch Open Water reinschmeißen. Ja, ja. Oder die 47 Meter Down Filme gibt's so weit. Ja, Open Water, der erste ist gut. Der hat mir damals gut gefallen. Ja, fand ich auch. Der ist fies. Oder Bait, Haie im Supermarkt. Gibt's nicht auch noch House Shark? Also Haie gibt's ja alles irgendwie, ne? Ja, den hab ich gesehen, den House Shark. House Shark? Was ist ein House Shark? Das ist so lustig, die Aufnahmen dort, wie sie im Keller sind und so spielen müssen, als würde der Keller unter Wasser stehen. Also, die Aufnahmen machen sie komplett ohne Wasser und legen dann so einen Wasserfilter drüber. Also, das ist so schlecht lustig. Es gibt bei Letterboxd, ähm, die meisten werden ihn kennen. Hier, André Hecker, der, der alles podcastet, der hat ja, der hat bei Letterboxd eine Killershark-Movies-Liste. Da sind mittlerweile 143 Filme drin. Und man möchte nicht glauben, was da teilweise, was man da teilweise sieht. Also, das kann man sich, die Liste kann ich sehr empfehlen. Das klingt grausam. Ja, das ist, oh Gott, ich werd verrückt. Mega Shark vs. Krokosaurus kennt man tatsächlich, wenn man ein bisschen Haifilme verfolgt. Ja, das sind die Asylum-Progressionen, ne? Diese ganze Mega Shark-Reihe. Da gibt's ja alles Robo Shark, bla bla bla. Aber lassen wir das. Das Einzige, was ich bei Asylum wirklich empfehlen kann, ist Mega Piranha. Okay. Wie groß ist Mega Piranha? Ja. Wolkenkratzer groß. Ja, wie groß ist Mega Piranha? Das, die, das sind ganze Boote. Also, die werden immer größer und immer größer und immer größer. Also, der Film ist total verrückt. Okay, bevor du es glaubst. Ja, richtig. Bevor es eskaliert, genau. Ich muss auch abwägen, womit ich meine Lebenszeit vergeude. Ich weiß nicht, ob es Mega Piranha sein wird. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende unserer Besprechung. Okay, dann, uns gibt's überall, wo es Likes gibt. Haut drauf, haut rein in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht oder irgendwelche Vorschläge, was wir uns angucken sollen. Das nächste wird, denke ich mal, ein Special. Wir müssen uns da nochmal kurz beraten. Aber das ist natürlich schon in Planung. Ich würde sagen, ich sag schon mal Ciao und dann darf Till und am Schluss darf Werner. Bis bald. Ciao, ciao. Oh, jetzt war ich zu früh. Jetzt habe ich die Abmoderation versaut. Egal. Ja, vielen Dank hat mir der Bock gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Viel Spaß beim Hören von was auch immer. Tschüss. Danke auch meinerseits fürs Reinhören. Danke an euch beide für die tolle Besprechung. Hat wie immer Laune gemacht. Und ich sage einfach nur Tschüss und taucht hinab in eure Deep 4. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.